Investoren im Fußball. Entweder sie zerstören einen Verein, oder sie führen ihn zum Erfolg. Ein Extrembeispiel ist Viktoria Berlin. Innerhalb von 1,5 Jahren haben die Leute dort beide Varianten erlebt. Die Story ist absolut verrückt. Erst gab's den puren Existenzkampf, und jetzt wohl die Rettung. Was dort passiert ist, erzähl ich euch im Video. Leute, euch bleibt da die Spucke weg. Versprochen. Beginnen wir ganz vorne. Der FC Viktoria Berlin hat die größte Fußball-Abteilung in Deutschland. Insgesamt rund 65 Mannschaften spielen dort, es gibt 1.300 Mitglieder. Es gibt einen Mix aus Breiten- und Leistungssport. Für Kinder und Jugendliche ist das eine wichtige Anlaufstelle. Es gibt jedes Jahr die sogenannten Feriencamps. Die Ausbildung des Nachwuchses ist hier das A und O. Für die Stadt Berlin ist der Verein extrem wichtig. Finanziert wird der e.V. größtenteils durch die Mitgliedsbeiträge und einige Sponsoren. So. Anders sieht das bei den Profis, sprich in der 1. Mannschaft aus. Die spielt aktuell in der Regionalliga Nord-Ost. Die Finanzierung ist dort deutlich schwieriger. Ich bin vor Kurzem in Berlin gewesen und hab dort mit dem sportlichen Leiter Rocco Teichmann geredet. Er hat mir mal allgemein gesagt, naja, das Überleben in der Regionalliga ist gar nicht mal so leicht. Um konkurrenzfähig in der Regionalliga zu sein, braucht man ein Minimum 1.500.000 in meinen Augen. Die 1.500.000 ist eine einfache Rechnung, die wird man nicht durch Mitgliedsbeiträge stemmen können und durch 30 Gönner, die da im Rahmen einen Verein zur Verfügung stellen. Das ist eben der Fehler im System. Amateur-Clubs können oft keine 1.500.000 Euro von Sponsoren auftreiben. Kurios daran ist, der Standort Berlin ist eher ein Fluch als Segen. Klar, die Stadt ist groß, es gibt viele Firmen, aber an jeder Ecke gibt's auch nen Verein. Man nimmt sich gegenseitig die Sponsoren weg. Dazu kommt, die Regionalliga ist für viele Sponsoren nicht so attraktiv. Wenige Zuschauer im Stadion, quasi keine TV-Präsenz… ja, ab und zu gibt's die Highlights im Fernsehen, aber mei, die Werbebande ist 2 Sekunden im Bild zu sehen. Das ist nicht so cool. Seit 10 Jahren sucht man deshalb bei Viktoria Berlin einen Investor. Der Präsident hat selbst immer mal wieder Geld in den Verein gesteckt, aber klar, das ist keine dauerhafte Lösung. So, und jetzt beginnt die kuriose Geschichte. Aus China kam plötzlich ne E-Mail, die den Verein wahrscheinlich für immer verändert hat. Das war eigentlich ne formlose E-Mail, wo man signalisiert hat, ihr seid ein schöner Verein. Und wir würden gerne mal Gespräche führen, um abzuwägen, ob da vielleicht sogar noch mehr möglich ist, um in Berlin als Standort nen Verein Richtung Profifußball zu geben. Die Advantage Sports Union, also kurz ASU aus Hongkong, hat ne E-Mail geschrieben. Der Standort Berlin war offensichtlich interessant, die Hauptstadt ein großer Verein, man wollte Viktoria Berlin quasi zu nem Big City Club machen. Ja, wobei, da verwechsel ich grad was. Nun ja. Der Deal klappte, Viktoria Berlin konnte das Glück kaum fassen. Die Kooperation funktionierte nämlich so. Am Anfang des Monats berechnete man, wie viel Geld brauchen wir. Die Anfrage schickten die Bosse nach China. Am Ende des Monats kam dann das Geld aufs Konto, ey, ein Jackpot, quasi wie ein Sechser im Lotto. Die Qualität des Kaders wurde im Sommer 2018 deutlich besser. Es gab einige Hochkaräter als Neuzugänge. Jürgen Ciasula, ein Routinier aus der 2. Liga kam. Dazu Christoph Menz, der auch schon höherklassig gespielt hat, und Peter Sliskovic in der Offensive. Im Klub war jedem klar, okay, wir haben jetzt die Chance, sehr schnell in den Profifußball zu kommen. Ende 2018 stand Viktoria Berlin auf Platz 5. Zum Vergleich, in der Vorsaison kämpfte man eher gegen den Abstieg. Logisch ist, die Klubbosse schwebten auf Wolke 7. Das klingt wie ein Sechser im Lotto. Dachten wir auch. Und waren halt auch davon überzeugt, dass das der Weg sein kann. Gerade so Richtung Herbst hat man denn schon feststellen können, es macht hier wirklich Spaß, hier entsteht was. Den Eindruck hatte man denn schon. Aber es kommt immer anders, als man denkt. Plötzlich blieb das Konto leer. Aus China kam ab November kein Geld des Investors. Wieso? Keine Ahnung. Das wissen die Bosse wahrscheinlich bis heute nicht so genau. Die Folge war aber dramatisch. Insolvenz. Der Verein lag am Boden. Insgesamt 8 Spieler verließen im Winter Viktoria Berlin. Leistungsträger wie eben Jürgen Ciasula. Bevor das Projekt richtig in Fahrt kam, fuhr es gegen die Wand. Tja, jetzt könnte man natürlich sagen, Pech gehabt, selbst schuld, wenn man sich auf nen chinesischen Investor einlässt. Ah, aber so leicht ist die Sache halt leider nicht. Wäre dieser Chinesische gekommen, dann wäre hier definitiv kein Regionalliga-Fußball, kein Leistungsfußball. Das ist ein Zirkel, den wir weiterspinnen können. Wir werden weiterhin definitiv über die nächsten Jahre nicht mehr die U19 und die U17 in der Regionalliga halten. Wir können unsere erste Damen nicht in der Regionalliga halten. Das führt dazu, dass dann sicherlich auch die Perspektive für unsere Jugendspieler nicht da ist. Das heißt, ohne einen Investor hätte Viktoria Berlin nicht mehr in der Regionalliga spielen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Ohne Investor geht's oft im Jahr 2019 nicht. Das ist ein Fehler im System. Der DFB muss dringend handeln. Für viele Amateurvereine geht's ums Nackt zu überleben. In der Regionalliga spielen insgesamt 91 Vereine. Nur 4 können am Ende aufsteigen. Das ist das Nadelöhr zum Profifußball. Die Folge? Ein Wettrüsten. Immer mehr Geld wird ausgegeben. Das kann nicht gesund sein. Blick mal wieder auf Viktoria Berlin. Jetzt wird's richtig kurios. Der chinesische Investor hatte hier in Deutschland Berater. Die haben ihr Netzwerk genutzt und einen neuen Investor an Land gezogen. Tomislav Karajca. Ein Immobilienmillionär mit dem Unternehmen Home United. Er kennt sich im Sport aus. Er kommt aus Deutschland, sprich, das sieht alles deutlich seriöser aus. Im Basketball hat er die Hamburg Towers richtig umgekrempelt. Quasi aus dem Nichts hat er sie in die Bundesliga geführt. So ähnlich soll das jetzt auch bei Viktoria Berlin laufen. Erste? Kleine Erfolge gibt's auch schon. Der Sieg im Berliner Pokal inklusive Quali für den DFB-Pokal. Da gab's später ein knappes 0 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Das sind wichtige Einnahmen in ca. 130.000 Euro. Jetzt mal ehrlich. Es sieht wieder deutlich besser aus. Man will keine verrückten Dinge tun. Genau das könnte dem Verein sehr gut tun. Dafür gibt's einige Argumente. Punkt 1. Die Insolvenz ist bald abgeschlossen. Sprich, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für ne Neustart. Man kann quasi bei Null anfangen. Punkt 2. Die Profi-Abteilung wird ausgegliedert. Das war schon länger geplant, jetzt wird's durchgezogen. Logisch ist, so kann der neue Investor Anteile am Club besitzen. Er darf offiziell mitreden. Für den EV hat das auch einen entscheidenden Vorteil. Sollte es wieder finanzielle Probleme geben. Egal aus welchem Grund, ist der Verein mit den 1.300 Mitgliedern geschützt. Der Breitensport hat nichts zu befürchten. Unter anderem die Jugend. Blicken wir mal in die Zukunft. Wichtig ist, das hat mir Rocco Teichmann gesagt, dass nicht nur Geld in die erste Mannschaft investiert wird. Der ganze Verein soll wachsen. Das beginnt in der Jugend. Das Ziel ist, jede U-Mannschaft in die höchste Liga zu bringen. Viktoria soll der Berliner Weg in die Bundesliga sein. Die besten Talente aus der Hauptstadt sollen dort spielen. Dafür brauchen die Talente eine gute Perspektive. So kommt das Profi-Team ins Spiel. Die Rechnung ist ganz einfach. Wenn die erste Mannschaft nicht konkurrenzfähig ist, flüchten die Talente entweder zu Union Berlin oder zu Hertha BSC Berlin. Das will Viktoria verhindern. Das heißt, man strebe nach dem Maximum. In den nächsten 2 Jahren soll der FC Viktoria Berlin ein Top-Team in der Regionalliga sein. Das Ziel mittel- und langfristig ab in den Profi-Fußball. Sprich in die 3. Liga vielleicht sogar noch weiter nach oben. Was sagt ihr dazu? Wird das was? Oder sollte man lieber kleinere Brötchen backen? Wie findet ihr Investoren im Fußball? Und natürlich können wir uns auch über die 50-plus-1-Regel unterhalten. Ab mit euren Meinungen gerne unten in die Kommentare. Ich finde, man sollte diesen Neustart ne Chance geben. In diesem Verein steckt so viel Herzblut. Trotzdem kann man auch skeptisch sein. Immerhin gab's ja ein Negativerlebnis mitten im Investor. Ich wünsche dem FC Viktoria Berlin sehr viel Glück. Ihr könnt es gebrauchen, insbesondere nach dieser turbulenten Zeit.